oh wow what happens the mother of all bombs jetzt macht aber auch alles erheblich mehr schaden außer der blöde gesang natürlich explosion explosion danke fürs cheerio wobei ich mich dann jetzt auch noch mal für die 80 sterne bedanken das gebet bleibt unerhört unerhört ist es stirbst du explosion ich fasse es mit wow ok cool oder so hoffentlich kommt das gebet durch ja nice graubombe ok jetzt wird es vielleicht einfacher mehr cool wenn sie nicht explodieren so das ist ja mal ein interessanter kampf das war eine lange antwort zeit aber ich sag mal ist noch im grünen rahmen vielleicht liest sie es ja noch bei regel bisch so viele level ups ich danke euch ich bin young der hohe mönch von fabul ich kam mit meinen männern hierher um zu trainieren doch sie wurden alle getötet sie waren die besten mönche die fabul jemals hatte ich bin sessel wir bringen wichtige neuigkeiten nach fabul ein bösewicht namens mit braucht barons macht um sämtliche kristalle der welt an sich zu reisen dann gelüstet ist ihn auch nach unserem windkristall ohne zweifel den kristall von damsian hat er bereits in sein fang und fabul hat er vermutlich als nächstes im visier dann ist es schlecht um uns bestellt im schloss befinden sich nur schüler die haben barons übermacht nicht ins gegen zu setzen ich nehme an dass gol bis die monster geschickt hat die deine männer getötet haben und beinahe auch dich dann steht sein angriff sicher kurz bevor ich muss gehen wir werden dich nach fabul begleiten wir möchten helfen ich danke euch aber mit dieser sache habt ihr nichts zu tun doch das haben wir ich bin der prinz von damsian rosa und ich sind bürger barons und dieses mädchen ist eines der vielen opfer der angriffe unseres königreichs die ich persönlich geleitet habe ich verstehe da nehme ich euer angebot dankend an wer traut ihn einfach so ne lasst uns aufbrechen wir haben nicht viel zeit fabu liegt östlich dieser berge der mönch yang hat sich der gruppe angeschlossen berg habe die haupt da geht es einfach runter ist gut warte mal ist da was versteckt ok ok bomben stimmung hier wieder gut das hält uns jetzt alles nicht wirklich auf gefühlt wobei er dem mönch tritt ganz gut gewesen wäre ja passt aber rosa vitra gelernt hervorragend das freut mich doch zu hören zu kuren so östlich saßen und ein goblin sisters die können wir eigentlich one hidden oder warte mal so angriff ist schon mal gut hier dann halt treten dunkelheit und bei dem programm so schauen wir mal ja gut dass wir nichts sehen wo wo stadt wofa pool so ernst danke ins gesicht getreten so ist da oben was nein natürlich nicht da bin ich mal gucken wir es mal darum ist gut beten und ab es lebt wie ist mein b3 ist jetzt echt nicht so raus naja natürlich geht es hier nicht weiter ok erst mal alles verfehlt richtig gut wo ich eigentlich fast dafür bin dass man hier mehr magie einsetzen kann mit der beschwörerin gefühlt hätte ich das auch eben im bosskampf machen können aber gut level me hard up da kommt schon wo ist denn der puff wo ganz ganz gefährlich heilung bitte wow danke ey was glück kostet das mana jetzt habe ich gerade gar nicht drauf geachtet ne ähm das liegt aber sehr östlich ne da ist es glaube ich so jetzt gucken wir mal ob das mana kostet falls er jetzt noch mal durchkommt was er nicht tut ok ok rin burg fethool meister jang der könig möchte euch sehen meister jang der könig und so ah ok musik der könig möchte euch sehen alright 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 und vor allem weapons schöpfen dann tun wir das doch willkommen flammen gerade ok das wird nicht viel naja gut situations bedingt ne dämonen helm jawohl mitnehmen dämonen rüstung mitnehmen dämonen handschuhe mitnehmen und dann nehmen wir natürlich auch den jesus mitkommen ok thanks bye ausrüstung ob die meister jetzt hat den stab warum er macht mehr schaden hahaha ja lassen wir erstmal so harfe der lamia au jetzt hat er doppelkrallen party awesome und übernachten macht sinn das war jetzt aber war da schon rüstung er doch war rüstung dabei ne ja ey wie das hässl da rumrennen was los mit dem womit kann ich dienen danke fürs cheerio potion kommt zwei stück phoenix federn zwei stück heiser shit ich habe drei dann holen wir da noch sieben antidote brauchen wir noch mindestens zehn naja gut jetzt gehen wir auf 15 weil wir es können augentropfen same und auch hier zack so goldnadel ist sehr teuer das lassen wir lieber erstmal vielen dank you're welcome 100 gill übernachten ok schlafen sie schon zu fünft in einem batch bin begeistert und danke für den like fertig zum aufbruch und so let's go unsere besten männer wurden getötet das ist unmöglich that's unmöglich fab pool erster stock ja komm mal da gehen wir nochmal raus weil wir es können tschüss wollen uns ja natürlich alles alles angucken es wundert mich eigentlich dass hier in den dinger nichts drin ist antarktis wind potion bombensplitter bis jetzt war hier in diesen fesschen nie was drin was ist denn hier los dieses spital ist auf das schlimmste vorbereitet ok das ist gut warte mal ich will über die betten zu dir klettern hallo hallo darf es eine namensänderung sein nein hallo 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 gut stets zu diensten falls es dir anders überlegen solltest ich lasse dir original charakter namen wo bist du gewesen bestimmt hast du gefaulernst das ist meine frau sessl und seine gefährten haben mir auf dem berg hops geholfen wie nett von euch ach schatz musst du nicht los der könig wartet sicher auf dich meinst du jetzt habe ich jangs scheiß geklaut ok ich habe gehört dass ihr auf dem berg hops angegriffen wurde hoffentlich wurdet ihr nicht allzu schwer verletzt ich habe gehört dass ihr und allzu schwer verletzt meister ich habe nicht geschlafen ich habe meditiert ich wollte eigentlich mit den leuten da reden let's do this aha da ist schon wieder eine tänzerin willst du meinen tanz ansehen yo show me what you got äh what what was zum ja was zum anus wie langweilig das will ich nicht noch mal sehen meister jagen wenn die bösen kommen werde ich ihnen eins auf die rübe geben wir sind sicher solange wir hier in der burg bei den mönchen bleiben meister wie war das training hervorragend kitzel kitzel shit bevor ich mit allen rede zelt erhalten ja dies sind die gemächer des königs gott nacht ausruhen nein ich schlafe jetzt nicht hätte ich das gewusst aber ich schlafe jetzt nicht in den gemächern des königs obwohl ich es eigentlich das verfahren tun müsste ich habe gerade überlegt komm wir machen das jetzt merkt er nie den könig pimmeln wir mal da rein yes was für ein riesiges bett ach ich wünschte es wäre meins aber trotzdem drin geratzt okay geht wieder los lass mal gegen den bett schlafen wo gibt fertig zum aufbruch ich habe jetzt unten noch 100 gilt dafür bezahlt ne so ein schmuh okay egal so mehr türen nein gut burg fabhul willkommen zu hause meister young endlich majestät wir müssen uns auf einen kampf einstellen baron wird uns angreifen um unseren kristall zu stehlen woher weißt du das dies sind zwei bürger aus baron sie sind gekommen um uns zu warnen und die anderen euer majestät wir haben wenig zeit die verteidigung der burg muss sofort verstärkt werden young können wir dem dunkelritter und seinen gefährten vertrauen ich denke schon sie haben ihr leben riskiert um mir zu helfen wir müssen uns beeilen bitte es ist mir eine ehre euch wiederzusehen prinz edward majestät baron hat damstian überrannt und den kristall gestohlen viele sind gestorben auch meine eltern diese tragödie darf sich nicht wiederholen vergebe mir meinen arg von young bereite deine männer auf den kampf vor prinz edward dunkelritter werdet ihr uns beistehen ja sie haben bereits ihre hilfe angeboten majestät wir werden den wachen am haupttor zur seite stehen gut und werden die magierinnen unseren heiler unterstützen natürlich majestät pappels schicksal liegt in euren händen möge dir siegreich sein sehr wohl wird siegreich sein Coffee ich glaub schon dernière Turning wir wir hier haben da war olla will wird compartir